Mmmmm, meine Leute, Serplen hier. Heute geht's mal was, das mich persönlich ziemlich hart abfuckt, und zwar Pornobots auf Twitter. Also, wer es nicht kennt, ich bin ein kleiner Creator. Und wenn man da irgendwie Benachrichtigungen auf Twitter und Co. bekommt, ist man eigentlich immer relativ happy, weil es heißt, wie man deinen Shit gefallen hat, den du gerade geshitpostet hast. Ja, also es ist noch geiler, wenn du siehst, oh, jemand folgt mir, gehst auf deinem Profil, mmmmm, einfach in der Beschreibung direkt, dann willst du geile Melfs flanken. Ich seh doch in den Augen, dass du Bock auf richtig geilen, ostdeutschen Sex hast. Ey, komm und fick mich in den Arsch. Geh auf diesen Link und hol dir einen richtig kranken Fick. Ja, das sind einfach die besten Follower, besonders weil die nach zwei Tagen wieder weg sind. Ich hab aktuell gerade zwei oder drei Porno-Follower und zwei richtige Junge. Das ist halt auch auf einem Level intelligent. Na, auf jeden Fall, äh, was soll ich denn jetzt zu sagen? Es ist einfach Abfuck, wenn du dich so nicht wirklich darüber freust, sondern es ist einfach nur so ein fucking Porno geworden. Und was lernen wir daraus, Kinder? Genau, folgt mir auf fucking Twitter als ZeppelinYT. Jetzt, 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 so, Alter. Okay, gut. Schön, dass ich das klären konnte. Na dann, okay, ist das eigentlich echt ein kurzes Video. Ähm, ne, haut rein. Entbimmelt die fucking Glocke. Und... Disliket mich. Entabonniert mich. Keine Ahnung. Und jetzt... Ich hab noch eins zu sagen. Ich habe noch eins zu sagen. Ja.